Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Jungvollzeitung Panorama vom heutigen Mittwoch zu Mitzustun. Folgende Themen haben wir für euch in der Sendung. Es gibt einen Vorgeschmack auf das Langer Sente Gurtenfestival und wir dürfen die neue Geschäftsstelle für AEK Bank die Spiez auskundschaften. Zuerst gibt es aber noch einen kurzen Überblick über die wichtigsten News vom Tag. Homeoffice-Pflicht und Kontakt-Quarantäne vorbei. Ab Donnerstag gilt die Homeoffice-Pflicht nicht mehr. Auch die Quarantäne gilt nur noch für Personen, die positiv getestet wurden. In zwei Wochen will der Bundesrat entscheiden, ob am 17. Februar die besondere Lage aufgehoben wird oder ob es weiterhin nur schrittweise Lockerungen geben wird. Todesfall in Niederwangen. Am Dienstagabend ist im Königsbergwald ein achtjähriges Mädchen aus dem Kanton Bern leblos gefunden worden. Es kann weder ein Unfall noch Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Der Mittler hoffe auf Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer am Dienstagabend zwischen 4 und 4.07 verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ein Mädchen gesehen hat, soll sich doch unter der Nummer 031 638 81 11 melden. Rosige Aussichten für Jobsuchende. Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle von ETH Zürich weiter aufgehalten. Besonders verbessert hat sich die Lage im Bereich verarbeitendes Gewerbe und Grosshandel. Vom winterlich trüben Ton springen wir jetzt gleich mal zuerst auf Bern. Und zwar Mitte im Sommer. Seit heute ist nämlich das offizielle Line-Up vom Gurtenfestival bekannt. Welcher Musikerinnen und Musiker im Sommer am Gurten für Stimmung sorgen, hat Lena Fischer meinem Kollegen in Ben-Abeckle verraten. Zu den Highlights gehören sicher die HeadlinerInnen, wo wir Seed, Chemical Brothers, Megan Thee Stallion, Erika Badu dabei haben. Da freuen wir uns enorm. Black Eyed Peas gehören dort auch dazu. Und dann gibt es ganz viele weitere musikalische Highlights. Es gibt mega viele verschiedene Bands aus der ganzen Welt zu entdecken. Meine Favoritinnen, ich freue mich besonders auf die Erika Badu, aber auch auf die Arlo Parks oder Jamie XX. Und bevor es zu lange geht, machen wir hier mal die Punkte. Die Vorfreude hat bei uns intern im Team schon ein bisschen früher angefangen, aber sicher, es ist markiert so quasi der offizielle Vorverkaufsvorfreudenstart. Das kann man schon so sagen, ja. Wir planen ein Gurtenfestival wie früher, wenn es um Anzahl Tage Leute in die Bühne geht. Und wir freuen uns auf ein noch tolles, nach zwei Jahren Ausfall von Intensität und Emotionen, die sicher besonders schön werden. Das ist ein Beispiel, wenn wir heute im Gurten wären, da alles von Lübchen. So, dass die hausige Leute da wären. Von Bern kommen wir auch mit zurück in die Nähe, nämlich nach Spiez. Dort hat die AEK-Bank ihre Geschäftsstelle wieder eröffnet. Mit dem Kollegen Patrick Schmed hat das neue Design schon mal unter die Lupe nehmen dürfen. Für uns ist es immer sehr wichtig, dass wir die Kundennähe wirklich pflegen. Wir haben ja das in unserer Werbung auch sehr präsent, dass wir eigentlich immer in der Nähe von unseren Kunden sein möchten. Und darum ist es für uns eigentlich auch klar gewesen, dass wir wirklich vor Ort für unsere Kunden da sein wollen. Und da habe ich aus dem Grund auch sehr erfreut, dass wir da in Spiez jetzt den neuen Standort gefunden haben. Den bisherigen Standorten waren wir nicht so gut sichtbar. Wir waren von der Strasse leicht zurückversetzt. Wer nicht wusste, wo wir sein, hat uns wirklich nicht bewusst wahrgenommen beim Durchfahren. Da haben wir hier im neuen Standort natürlich eine viel bessere Möglichkeit von Sichtbarkeit her. Und haben zugleich eigentlich unser Angebot erweitern können mit der 24-Stunden-Zone, wo der Kunde wirklich seine Selbstbedienung rund um die Uhr auch machen kann. Was wir eigentlich am alten Standort noch nicht haben können anbieten. Das ist echt das aktuelle Konzept von unseren Niederlassungen, dass der Kunde nicht extra zum Beispiel auf die Uhr nicht zu lassen oder in die Uhr in unseren Hauptsitz muss gehen. Wir bieten eigentlich von klassischer Ein- und Auszahlung im Schalter bis zur vertieften Beratung im Anlagen- wie im Finanzierungsgeschäft direkt in Niederlassung von Orto anbieten. Bei Gründung braucht eine Firma ein Konto, das sie das Kapital einzahlen kann. Sie kann ein Kapital-Einzahlungskonto eröffnen, das nach der Gründung freigegeben wird. Wir schreiben dann eine Bestätigung an Notar, die dann eine Gründung stattfinden kann. Dann braucht er vielleicht eine Beratung zum Beispiel auch für einen Konto-Krent-Kredit für kurzfristige Finanzierungen. Beim Privatkunde ist es so, dass er klassisch zum Beispiel eine Eigenheimfinanzierung, also er will ein Haus kaufen oder eine Wohnung und kommt auf die AEK vor Ort, kann sich ein bisschen beraten, was für ihn das Beste ist und was für Finanzierungsmöglichkeiten wir anbieten. Weil wir eben vor Ort auch präsent sind mit der Niederlassung, haben wir jahrelange Kundenbeziehungen, auch über Generationen, von AFA vielleicht mal mit einem Konto und dann später kennt man einander viel besser. Der Kunde kennt uns als Bank mit der Zeit, hat Vertrauen. Und dann können wir besser beraten, weil wir seine Hintergründe auch viel besser kennen und individuell auf ihn eingehen. Das war's gewesen von der heutigen Ausgabe von Jungfallzeitung Panorama. Die kompletten Artikel zu unseren Beiträgen und noch ganz viele andere spannende Geschichten findet ihr wie ging auf jungfallzeitung.ch. Meine Kollegen von Meteo News erzählen euch jetzt noch, wie das Wetter technisch die nächsten Tage weitergeht. Ich danke euch, vor zu schauen und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihre Jungfrau Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen, es freut mich, dass Sie dabei sind. Ja, so wie hinter mir in Interlaken, hat es heute an sehr vielen Orten im Land ausgesehen, Wolken verhangen und trüb ist es gewesen. Am heutigen Mittwoch liegt unser Land weiterhin in einer straffen Nordwest- bis Nordströmung. Der Jetstream verläuft quer über Mitteleuropa. Entlang der Alpen-Nordseite staut sich dabei feuchte Luft an den Süden. Der bleibt durch die Berge geschützt. Morgen baut sich dann das Hoch auf und es geht langsam wieder ein bisschen ruhiger zu und her. In der Nacht auf morgen klingen die Niederschläge ab und wir starten in Richtung Aretal und an der See mit ein bisschen Nebel in den Tag, die sich dann im Verlauf des Vormittags auflöst. In der höheren Lage starten wir mit einem Mix aus Sonnen- und hohen Wolken. Dazu messen wir rund 0 Grad von Thun bis nach Interlaken und zwischen minus 1 und 2 Grad auf über 1'500 Meter. Am Nachmittag gibt es dann einen Mix aus oft ausdehnten, mit der hohen und mittelhohen Wolken. Die Sonne schimmert durch und es wird mild für die Jahreszeit. Wir messen um die 8 Grad in Gstaad und bis zu 9 Grad in Thun. Am Freitag Morgen bilden sich zum Teil noch Nebel, wo sich den Tag durch auflöst. Sonst wird es recht sonnig im Oberland. In der Nacht auf den Samstag ist es dann zeitweise nass. Die Schneefallgrenze ist auf rund 600 Meter sinkend. Am Samstagmorgen hat es dann noch Restwolken. Und im Oberland geheim noch letzte Flocken durch den Tag findet dann der Übergang zu recht sonnigem Wetter statt. Der Sonntag zeigt sich ebenfalls mit einem Sonnen-Wolken-Mix. Und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es auch so aus, wie wenn es Anfang nächster Woche ähnlich weitergehen würde. Ein bisschen genauer können wir Ihnen das aber schon bald sagen. Bis dann wünsche ich Ihnen nur das Beste, ganz einen schönen Abend und bis bald wieder. Ade miteinander. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend.